Da, deswegen konnte man ja doppelt, aber jetzt dann nicht. Also, na, ähm, Nalo Zock, meiner Swin, GeForce und Kev, ihr seid ja jetzt nicht mehr mit dabei. Ich mach noch schnell die Permissions, dass wieder jeder mitmachen kann. Drawing, rüber, speichern. Was ist hier los? Meiner Swin! Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Lulululul. All right, Drawing eingeschaltet und eingeschaltet. Und eingeschaltet. Jetzt kann wieder jeder mitdrawern. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben.